Was geht meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Jogi ist mal wieder back, am Schluss für euch, heute wieder für die Internetseite Playstation Experience, ihr wisst Bescheid, wie immer findet ihr unten in der Beschreibung den Link zur Facebook Seite, lasst uns gerne ein Like da und bleibt ihr mal auf dem aktuellen Stand rund um die Playstation. Ja und heute, ihr seht es, wir wollen heute mal was auspacken und ihr seht es hier bereits schon, Teufel steckt drin, der Teufel steckt im Detail, hier schon mal vielen vielen Dank an Teufel, damit wir für euch wieder was testen können, denn das was hier drin ist, soll rüber in den RaceRoom Sitz, um uns ein neues Gefühl von Sound und Erlebnis, Gaming Erlebnis näher bringen. Was genau drinsteckt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an auszupacken. Ja und im ersten Paket befindet sich eine kleine, aber feine Soundbar, die wollen wir nämlich direkt an unseren RaceRoom Sitz montieren. Ja und das Ganze kann dann noch direkt über die Fernbedienung gesteuert werden. Kommen wir zum größten und schwersten Paket. Ich würde sagen, ab sofort kann sich der Nachbar auf jeden Fall warm anziehen. Ja Freunde, ich denke mal, dieses Paket hat selbst mich, obwohl ich schon viele ausgepackt habe, beeindruckt und ich muss sagen, mein Puls schlägt gerade höher. Ich bin mega gespannt, wer Teufel kennt und der Name ist einfach Programm, der weiß genau, hier drin steckt enorm viel Power und eine Menge Qualität. Ich möchte mich aber auf jeden Fall davon überzeugen und ich würde sagen, wir testen es einfach mal in dem nächsten Video. Heute mal ausgepackt, ganz spontan und wir sehen uns dann beim nächsten Testvideo. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.